Aufgeben ist keine Option. Darüber hinaus rede ich nicht über meine Krankheit. Ich sage, ich bin ja nicht krank. Ich sage immer, ich bin anders gesund. Das hat nichts mit dem Verdrängen der Erkrankung an sich zu tun, sondern ich möchte aus meinem Leben noch etwas machen. Das hat man auch hier bei vielen anderen Patientinnen und Patienten gespürt. Natürlich gab es auch mal Tage, da war ich dann natürlich auch nicht mehr so gut drauf. Das ist einfach die Beanstrengung war halt da, aber am zweiten Tag danach haben wir dann da wieder angegriffen an diesem Punkt und haben dann gesagt, so, da setzen wir wieder an, da legen wir wieder los, erinnere dich zurück und dann haben wir wieder losgelegt. Und ich war total begeistert, dass ich hinterher von den knapp zehn Metern, die ich eigentlich nur noch irgendwo an der Stange gehen konnte, mit dem Therapeut dann letztendlich den Flur entleeren gehen konnte und das war halt, das war das, was mich, ja, wie soll ich sagen, positiv vorrascht hat. Unsere Klinik liegt natürlich nicht in einer Metropole wie Bonn oder Köln, sind zwar nicht weit von hier, aber das bietet auch große Vorteile für die Patienten, für diejenigen, die wirklich mal komplett raus müssen, abschalten müssen, bietet die Westerrad Klinik die optimale Voraussetzung. Wir sind vielseitig eingesetzt, es gestaltet sich zwischen Einzeltherapien und Gruppentherapien, wir sind im ganzen Haus tätig, in Einzeltherapieräume, wir können die Sporthalle nutzen, das Bewegungsbad, die Trainingstherapie, wir können auf Station gehen, wir können das schöne Außengelände nutzen. Von daher ist jeder Tag abwechslungsreich und nie typisch. Das war der Grund, warum ich dann hinterher bei der Westerwald Klinik unter anderem gelandet bin, dass eine anti-entzündliche Ernährung angeboten wird, die sehr, sehr wichtig ist für MS-Kranke. Ich hatte vor sieben Jahren einen Schlaganfall, also ich stehe voll im Berufsleben. Diese vier Wochen, die ich jetzt hier war, haben einen noch mal so ein bisschen wieder runtergebracht und das noch mal bewusst gemacht, dass man ein bisschen auf sich achtet. Und genau so bin ich halt in die Klinik gegangen und habe gesagt, ich gehe hier schlecht rein und ich gehe erhobenen Hauptes wieder raus. Und ja, das habe ich getan. Hier wurde mir geholfen, hier wurde ein spezielles Therapieangebot für mich geschrieben. Es wird psychologische Hilfe angeboten, weil das doch ein Einschnitt im Leben ist, den man halt kopfmäßig halt erstmal verarbeiten und akzeptieren muss, dass einem das passiert ist. Was das Besondere ist, ist zum einen der Beziehungsgedanke und zum zweiten, dass wir ja die kreativ-therapeutischen Verfahren, also alles, was nonverbal ist, wirklich nicht nur als Add-on-Therapie auf dem Papier anbieten, sondern das wirklich in unserem Teamgedanken, das ein ganz festes Bestandteil ist. Wir haben den Vorteil, dass wir mehrere Wochen Zeit haben, um einfach Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, die echte Zuwendung und der Ansatz, verstehen zu wollen, wo jemand in seinem Leben steht und wir vielleicht an diesen Punkt gekommen ist. Die Meinung der Therapeuten ist extrem wichtig. Wir haben hier viele erfahrene Therapeuten und deswegen ist es wichtig, dass man da auch Entscheidungen gemeinsam trifft. Unsere Aufgabe und unser Auftrag ist sicherlich auch, Anstöße zu geben, den Patienten zu beraten, was gemeinsam mit ihm auch zu erarbeiten, was an seiner bisherigen Lebensführung zu verändern. Das war eigentlich für mich von Anfang an faszinierend, weil man dann auch sehen konnte, was man durch eine intensive Muterea mit teilweise auch schwer betroffenen Patienten erreichen kann. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.